Habe ich schon gemacht? Ne. Da habe ich davor gespeichert. Auch gut. So, und jetzt ist es hier. Ich verstehe. Okay. Gut, nichts besonderes. Kommando zurück. Also nochmal die Karte kompletisieren. So. Einmal was austrinken. Die Frage ist, müssen wir jetzt links oder rechts? Oder können wir nur links? Wir schauen mal. So, und dann hier hinten hoch. Ja, ja. So leicht geht das hier. Okay, ich glaube tatsächlich, dass es hier nicht großartig weitergeht. Warum sind wir jetzt hier hinten eigentlich? Warum konnten wir da hinten nicht lang? Ich möchte da nochmal hin. Einmal nur um zu gucken. Autsch. Och nein, Leute. Okay. Ja, danke schön. Gut, ich werde mich jetzt ein bisschen am Riemen reißen. Es tut mir leid. gut. Jippie. So. Ja, ja. Wo war das jetzt? Hier, ne? So. So. So, ein letztes Mal. Dankeschön. Mann. So. Ja, doch so. Okay, Kommando zurück. Ja, das hättet ihr nicht gedacht. Okay. Ich kann leider nicht speichern. Das heißt, ich möchte aber trotzdem, wie gesagt, gerne hier hinten zurück. So, wo war der Kumpel? Gut. Sehr gut. Spiegel speichert. Okay. Und dann... Hä? Warum bin ich gestorben? Oh, meine Nase. Verdammt. Puh. Warum konnten wir hier nicht mehr lang? Ach, ja, deswegen, ne? Okay. Okay. Hier ist definitiv Dead End. Aus Gründen. Ich brauche dafür irgendwie ein Upgrade. Gut. Da wir jetzt hier waren und wissen, dass es nicht weitergeht und dass es hier oben auch nicht weitergeht, wagen wir uns einfach mal an die Tür. Okay. Dumm, dumm, dumm. Na komm. So, liebe Leute. Okay. Okay. Seelenverbindung ist bereit. Wie oft wir speichern können wahrscheinlich liegt das halt am Schwierigkeitsgrad, gell? Oh, okay. Oh, okay. Das Ding kann man also nicht killen. Gut. Huui. 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 Und nochmal. Huui. Ey, ey, ey. Hu! Okay. Hu! 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 wir. Und den nächsten haben wir auch. Sehr schön. Und noch einmal. Das war dumm. Ah, okay. Einmal kurz gucken. Okay, wir sind unserem Ziel schon ein Stückchen näher. Okay, hier dürfen wir nicht hoch. Aber wahrscheinlich müssen wir hoch, weil wir hier nicht rüber können, richtig? Ne. Okay. So, gib mir Energie. Gib mir irgendwas. Hä? Aber warum? Vor allem, wie komme ich hier runter? Ey, wie komme ich hier hin? Ey, das ist jetzt, das ist interessant. Ich will hier hin. Hallo? Sehr interessant. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier hinkommen könnte. Wieso komme ich hier drauf? Auch merkwürdig. Aber gut, ich hinterfrage nicht. Hm, naja. Seelenverbindung ist bereit. Und wir speichern natürlich. Autsch. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, ist okay. Leute. Ich bin froh, dass es nicht fordernd ist. So. Kriege ich mal ein bisschen Energie? Jawohl. Geht doch. Oh. Und du? Ah, ich sehe schon. Na komm, spruch schon. Bittes bitte. So. Ach du Schande. Okay. Gut. Gut. Das war genau das, was ich nicht machen wollte. Bin ich jetzt hier richtig? Alter. Man, geh weg. Hui. Und jetzt nochmal hier lang. Spuk. Spuk. Oh mein Gott. Hilfe. Hä, bin ich zu blöd? Ich muss schon sagen, ich habe es doch vorhin schon geschafft. Boah. Ich glaube, ich kann mir nicht mehr viel leisten, oder? Doch. Boah. Auch auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad ist es schon ein bisschen fordernd. Ach, warte mal. Ah, guck mal hier. Wie viele brauche ich denn? Kann ich speichern? Nein. Puh. Habe ich jetzt? Och, Gott sei Dank, ey. Alter. So. Okay, soweit so gut. Traurig fanden sie mich vor. Schlafend und still. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist mir nicht geheuer. Aha. Kann ich hier weiter? Ah, nein. Wusste ich. Okay, Leute. Wer oder was bist du? Wie erzählten Uri die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens? Oh. Oh, was jetzt? Uri, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Aha. Aber warum? Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Wer? Ich rief nach Uri, doch mein Kind kam nicht. Das ist der Baum? Das kann nicht sein. Oha. Oha. Böser Piepmatz. Böser Piepmatz. Ja, okay. Oh nein. Kuro-Stall sein. Es war das Ende unserer Tage. Das Ende. Kuro. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Was muss ich verstehen? Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten. Und warten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wasser hoch oben auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes, tief in den Elendsruinen, Elendsruinen, Entschuldigung, Elten. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horu-Bergs. Um Nibel wieder zu alten Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhe auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Da Spinnenhöhle. Natürlich in eine Spinnenhöhle. Optimal. Besser geht's nicht. Dornensumpf. Okay. Neues Ziel. Finde den Ginso-Baum. Das heißt, ich darf jetzt hier lang? Hier? Hier? Ich will rauszoomen. Oha. Ich muss ein bisschen weit raus. Alter, na klar. Ja, ganz genau muss ich da lang. Ähm, gut. Kann ich speichern? Ne, ich kann nicht speichern. So. Bevor ich jetzt... Sei vorsichtig, Ori. Der Boden ist instabil. Ach, was kann denn schon passieren? Ja, komm. Schade. Ich dachte, jetzt könnten wir ihn... ... in eine kleine Falle stellen. Hohlheim. Obwohl, warte mal. Aha. Das heißt, wir speichern schon von hier. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Denn... Ich möchte gleich ein kleiner... Ja, ja, der Boden ist instabil. Stür. Unwürdiger. Äh, der lebt wieder? Autsch. Warum lebst du denn wieder? Ähm, wohin ging der noch kaputt? Hä? Habe ich was verpasst? Wir müssen sogar hier runter, oder? So wie es aussieht, müssen wir hier runter. Ne, doch nicht. Baaah. Alter, bleib doch mal tot, ey. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aha. Also mussten wir ihn doch locken. Gut, okay. Ja, komm, locken wir den noch einmal. Ich möchte einmal runter. Ja, pass auf. Der Boden ist instabil. Heißerlich, ich bin zu fett. Oh ja, was heißt es? Haha. Oh Mann. So, erst mal Tür. Ja, 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 klar. Hier unten ist instabil. So. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen aufladen. Holheim. So. Haben wir noch ein bisschen? Na komm, Kumpel, wo bist du? Ah, da bist du ja. So war das nicht beplant. Egal, komm. Wir warten jetzt, bis der Kumpel draußen ist. Nee. Oder auch nicht. Ah, na ja, okay. Tschüss. So. So. Kumpel und dran. So. Sieht ja schon mal alles ganz knorkel aus hier. So. Irgendwas haben wir hier. Ähm. Okay, das Ding geht nicht kaputt. Hä? Ich denke... Ach, guck mal an. Ah, guck mal. Du hast ein Geistergefäß gefunden. Okay. Wow. Okay. Wir wollen mehr Schaden. Oh. Erfordert Stichflamme und Funkenflamme. Hab ich doch. Wo ist denn Stichflamme? Hä? Wie? Wo hab ich denn Stichflamme? Merkwürdig. Egal. Leute, passt auf. Ich sehe gerade, es ist perfekt an der Zeit, jetzt hier einen Schnitt zu machen. Ich würde sagen, ja. Das wird dann doch halt ein Let's Play. Also, mir gefällt das Spiel. Unheimlich. Und, ähm. Ja. Ich würde sagen, ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen bis hierhin. Und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Dankeschön. Ich würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne alles Liebe und alles Gute bis demnächst. Tschüss.